Musik Bei YouTube ist es offensichtlich ganz schnell gegangen, die Gemeinschaftsrichtlinien zu verletzen und meine kritische Position gegenüber der Impfung, aber auch der Zensur in sozialen Netzwerken dürfte dazu geführt haben, dass man mich eine Woche lang auf YouTube gesperrt hat. Wer soll jetzt schauen, diesen Gemeinschaftsrichtlinien nicht mehr zuwiderzulaufen und hoffe, dass wir auch weiterhin mit diesem Kanal die neuesten Informationen über die Hintergründe in der Politik liefern können. Ganz toll war, dass dieser Kanal auch in meiner Abwesenheit sehr, sehr gut weitergelaufen ist. Es sind auch neue Abonnenten dazugekommen und natürlich freue ich mich auch jetzt wiederum, nachdem es eben weitergeht, wenn möglichst viele Leute aufs Abonnieren draufdrücken und ich noch mehr Leute am Laufenden halten kann. Während die Corona-Krise zusehends aus den täglichen Nachrichten verbannt worden ist, hat die Ukraine-Krise jetzt diese Position eingenommen und wir sehen uns natürlich dauernd konfrontiert mit Sondersendungen und berichten genau zu diesem Thema. Im Zuge dieser Ukraine-Krise ist letzte Woche aber auch eines evident geworden und zwar der Umstand, dass uns die Teuerung davon galoppiert. Alleine wenn man sich anschaut, was am Bereich des Treibstoffs passiert ist, dass wir deutlich über 2 Euro mittlerweile sowohl bei Benzin als auch bei Diesel liegen. Auch die Kosten für Heizöl sind explodiert. Das zeigt schon, dass wir hier ein echtes Problem haben. Ich denke, man ist in diese Ukraine-Krise relativ unvorbereitet hineingetappt und die Bundesregierung wäre gut beraten gewesen, zuerst einmal eine Analyse zu machen, was man in der Lage ist zu leisten und wie man mit der Energieversorgung ausschaut, als hier Kampfrhetorik an den Tag zu legen. Das ist generell ein Problem, dass man hier unsere Neutralität mit Füßen tritt und das hat uns ja auch einen Eintrag auf der Liste für unfreundliche Staaten seitens der Russen eingebracht und ja, natürlich werden künftige Verhandlungen wohl nicht mehr so einfach laufen, wie es in der Vergangenheit noch der Fall gewesen ist. Grundsätzlich ist natürlich alles, was an Kreuel im Krieg passiert, abzulehnen und generell kriegerische Handlungen sind natürlich nichts, was man befürworten kann. Trotzdem denke ich, wäre es wichtig, wenn man einfach hier eine umfassende Information erhalten würde in diesem Zusammenhang und nicht einfach nur lauter einseitige Nachrichten, weil das ist der Eindruck, den ich momentan zu dieser Angelegenheit habe. Generell soll es jetzt gerade in Österreich, wir haben das letzte Woche im Nationalrat besprochen, zur Umsetzung einer Richtlinie kommen seitens der EU, die auch aus meiner Sicht sehr starker Tobak ist und zwar geht es darum, dass man in Zukunft eben nicht mehr russische Fernsehsendungen weiter transportieren darf, die Teil der Sanktionen sind. Das heißt also, es gibt wirklich drakonische Strafe an Drohungen für das Verbreiten von Sendern wie Russia Today oder Sputnik und ja, das ist halt irgendwie spannend, gerade vor dem gestern stattgefundenen internationalen Tag gegen Zensur im Internet finde ich spannend, dass man solche Maßnahmen setzt. Interessant ist auch, dass man diese Maßnahmen deswegen setzt oder darauf Fusse entsetzt, wenn man sagt, ja, zur aufrechte Haltung der Pressefreiheit müssen wir die Pressefreiheit quasi einschränken. Also ein Widerspruch in sich, wenn wir schauen, wie damit umgegangen wird. Sollte dieser Beschluss jedenfalls zur Umsetzung kommen, dann drohen hier beachtliche Strafen, nämlich in der Höhe von bis zu 50.000 Euro. Also es bleibt spannend, was in dem Zusammenhang passieren wird. Grundsätzlich bleibt natürlich zu hoffen, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine bald zu Ende sind, dass dann natürlich auch der Flüchtlingsstrom abreißt und die Menschen wieder in ein sicheres Zuhause zurückkehren können. Momentan zeichnet sich das leider aus meiner Sicht nicht ab. Es schaut eher so aus, als ob dieser Konflikt noch eskalieren könnte. Und genau deswegen wäre es eben wichtig gewesen, dass Österreich sich nicht an der Kriegsrhetorik beteiligt, sondern möglichst rasch ein guter Verhandlungsort für Friedensverhandlungen wird und eben nicht Teil des Problems.